Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Die heutige Yoga-Einheit mit dem wunderschönen Titel Rise and Shine ist eine belebende und sanft aktivierende Sequenz, die in nur 18 Minuten für frische Energie und Klarheit sorgt. Wir adressieren dabei den gesamten Körper, verbinden Atem mit Bewegung und heben mit leichten Herzöffnern unser Energielevel. Diese Einheit ist daher wirklich ideal als regelmäßige Morgenroutine geeignet, macht sich aber genauso gut bei einem Mittagstief oder einfach so zwischendurch. Viel Spaß! Wir beginnen im Schneidersitz. Zieh dein Gesäß hier einmal zur linken und rechten Seite nach hinten oben raus, sodass du deine Sitzbeinhöcker gut am Boden spürst. Leg deine Hände entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel, lass deine Handflächen nach oben oder unten zeigen, so wie es sich für dich jetzt intuitiv richtig anfühlt. Schließ deine Augen, wenn du es schon längst geschehen und schenke dir hier zwei ganz tiefe Atemzüge, um anzukommen. Dafür atme tief ein, wachse, schieb die Scheitelkrone Richtung Himmel. Atme aus, verwurzel dich über deinen Sitz, satt in den Boden. Einatmung, wachse, werde ganz groß. Und Ausatmung, lass los, lass die Schultern schwer werden. Wenn du magst, lass die Augen gerne weiterhin geschlossen und dann stell einmal die linken Fingerspitzen links neben dir auf, lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken und lege deine rechte Hand sanft auf die linke Schläfe. Spür hier in die wundervolle Dehnung deines Schulter- und Nackenbereichs auf der linken Seite. Lass deine Gesichtszüge dabei ganz weich. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann schiebe achtsam mit deiner rechten Hand deinen Kopf wieder in die neutrale Position und wir wechseln die Seiten. Stell die rechten Fingerkuppen rechts neben dir auf, lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken und lege deine linke Hand sanft auf die rechte Schläfe. Spür auch hier diesen feinen Stretch in deinem Nacken- und Schulterbereich auf der rechten Seite und schenke dir noch einen ganz tiefen Atemzug. Sehr schön. Dann schiebe mit deiner linken Hand deinen Kopf zurück in die neutrale Position. Verschränke nun einmal deine Hände hinter deinem Hinterkopf. Atme ein, zieh die Ellbogen nach außen, schieb die Brust nach vorne, heb den Blick. Und mit der Ausatmung mach dich ganz klein und rund, zieh die Ellbogen zueinander den Blick Richtung Nabel, der Rücken darf sich runden. Bleibe hier und spür mal diese intensive Dehnung deiner kompletten Rückseite. Angefangen im Nacken, die komplette Wirbelsäule entlang bis in den unteren Rücken. Dann richte dich langsam wieder auf, stell die Fingerkuppen einmal hinter dich und öffne jetzt deine Vorderseite, indem du deinen Brustkorb aktiv nach vorne schiebst und die Schultern tendenziell nach hinten und unten rollst. Optional heb dein Becken. Genau. Dann bring dein Gesäß wieder zurück zum Boden und streck von hier aus dein rechtes Bein zur rechten Seite raus und stell die linke Hand neben dir auf. Mit der Einatmung kreist den rechten Arm über vorne rüber zur linken Seite, schieb dein Becken nach vorne, mini wild thing. Ausatmung, bring dein Gesäß wieder zurück zum Boden, lehn dich nach vorne über dein ausgestrecktes rechtes Bein. Noch einmal so dynamisch, stell die linke Hand links neben dir auf, atme ein, heb dein Becken, kreist den rechten Arm rüber nach links und mit der Ausatmung komm zurück, lehn dich über dein rechtes Bein. Sehr gut. Wechsel die Seiten, streck dein linkes Bein zur linken Seite raus, beug dein rechtes Bein an und stell die rechte Hand rechts neben dir auf. Mit der Einatmung kreist den linken Arm über vorne rüber nach rechts, schieb dein Becken nach oben, mini wild thing. Ausatmung, Gesäß wieder tief, lehn dich über dein ausgestrecktes linkes Bein. Noch einmal so, stell die rechte Hand auf, atme ein, heb dein Becken, nimm den linken Arm mit und mit der Ausatmung komm zurück, lehn dich nach vorne über dein linkes Bein. Wunderbar. Dann richte dich auf, kreuz die Unterschenkel, stell die Hände vor dir auf und finde von hier aus den Weg in den herabschauenden Hund. Lass die Beine dabei gerne leicht gebeugt. Dann spreite die Finger weit auf, press die Hände wirklich aktiv in die Matte und schieb aus dieser Verwurzelung dein Gesäß, dein Steißbein aktiv nach hinten und oben, sodass du hier wirklich maximale Länge in deiner Wirbelsäule kreierst. Sehr gut. Dann atme ein hier und mit der Ausatmung wandere mit kleinen Schritten an den Anfang der Matte in die ganze Vorbeuge. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge langer Rücken, Fingerspitzen zum Boden oder Hände an die Schienbeine. Ausatmung, ganze Vorbeuge, nochmal alles schwer hängen lassen. Nächste Einatmung, richte dich auf, komm in den Stand, heb die Arme über die Seiten nach oben und Ausatmung, bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Weiter geht's. Atme ein, zieh dein rechtes Knie zu der Ran, heb die Arme über die Seiten nach oben. Atme aus, mach einen großen Schritt mit rechts zurück, lande im Krieger 1 Variante, rechte Ferse gehoben. Ausatmung, beide Beine strecken, Kaktusarme, zieh die Ellbogen zu der Ran. Einatmen, wieder beugen, Krieger 1 Variante, die Arme heben. Ausatmung, Beine strecken, Ellbogen ranziehen. Einatmen, Krieger 1, Arme heben. Und Achtung, mit der Ausatmung, bring die rechte Hand zum Boden, kreist den linken Arm lang nach oben, Blick zur linken Seite, easy twist. Einatmen hier, oder noch mehr öffnen nach links, komm dafür auf die Fußaußenkanten. Und mit der Ausatmung, kurbel die linke Hand zurück zum Boden und tritt in den herabschauenden Hund. Vinyasa, Einatmen, roll nach vorne, wie eine Welle, schiefe Ebene. Aus, leg über die Knie an den Boden ab, Ellenbogen eng. Ein, kleine Cobra Oberkörper heben. Aus, direkt zurück, herabschauender Hund. Einatmen hier, Beine leicht beugen, Blick nach vorn. Aus, komm an den Anfang der Matte. Ein, halbe Vorbeuge langer Rücken. Ausatmen, ganze. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, Hände vors Herz. Tadasana. Andere Seite. Einatmen, zieh dein linkes Knie zu der Run, heb die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, mach mit links einen großen Schritt zurück, lande in Krieger 1 Variante, linke Ferse gehoben. Einatmen hier, den Blick heben. Ausatmen, beide Beine strecken, Kaktusarme, zieh die Ellbogen ran. Einatmen, wieder beugen, Krieger 1 Variante, Arme heben. Aus, Beine strecken, zieh die Ellbogen ran. Einatmen, Krieger 1, Arme heben. Und Achtung, Ausatmung, bring die linke Hand zum Boden, kreis den rechten Arm lang nach oben, den Blick zur rechten Seite. Easy Twist. Einatmen hier, oder noch mehr öffnen nach rechts, komm auf die Fußaußenkanten. Und mit der Ausatmung, kurbel die rechte Hand zurück zum Boden und tritt in den herabschauenden Hund, Ardumukha Svanasana. Vinyasa. Einatmen, roll nach vorne, ganz kraftvoll schiefe Ebene. Aus, leg über die Knie oder ganz an den Boden ab. Einatmen, kleine Kobra oder aufschauender Hund, Schultern weg von den Ohren. Und aus, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einen Zwischenatemzug hier, tief durch die Nase ein. Und lösen durch den Mund wieder aus. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung, lauf nach vorne durch und komm ins Sitzen. Stell die Füße vor dir auf, die Hände hinter dir. Die Fingerspitzen zeigen Richtung Gesäß. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung, heb dein Becken nach oben, den Blick Richtung Himmel für den Tisch. Einatmung, schieb dein Becken nochmal ein bisschen höher. Pass auf, dass du die Arme dabei nicht überstreckst. Und mit der Ausatmung, bring dein Gesäß wieder zurück zum Boden. Sehr gut. Noch eine Runde so. Optional kannst du die Beine in der zweiten Runde gerne strecken. Okay. Dann atme ein. Und mit der Ausatmung, schieb dein Becken wieder kraftvoll nach oben. Die Fußsohlen Richtung Boden, den Blick wieder Richtung Himmel. Starke Arme hier, starkes Zentrum, starkes Gesäß. Atme ein, komm nochmal ein Stückchen höher. Und mit der Ausatmung, komm achtsam wieder zurück in die Ausgangsposition. Sehr gut. Für unseren Drehsitz, Adha Matsyandrasana, stell den rechten Fuß über den linken Oberschenkel. Dein linkes Bein bleibt gestreckt. Dann umarme mit deinem linken Arm dein rechtes Bein. Atme ein, heb den rechten Arm nach oben. Und mit der Ausatmung, dreh dich aus dieser Länge heraus auf nach rechts, bring die Fingerspitzen zum Boden. Mit der Einatmung, kreiere Länge in der Wirbelsäule, schieb die Scheitelkrone nach oben. Mit der Ausatmung, dreh dich noch etwas weiter auf zur rechten Seite. Noch einmal so. Einatmung, finde Länge und Aufrichtung. Aus, dreh weiter auf zur rechten Seite, zieh den Nabel ran. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte. Und aus, dreh einmal kurz gegen nach links. Okay. Dann wechseln wir einmal die Seite. Dafür streck dein rechtes Bein aus, stell den linken Fuß über den rechten Oberschenkel und umarme mit deinem rechten Arm dein linkes Bein. Dann atme ein, heb den linken Arm senkrecht nach oben. Und mit der Ausatmung, dreh dich auf zur linken Seite, stell die Fingerkuppen hinter dir auf. Zwei ganz bewusste Atemzüge hier. Mit der Einatmung, finde Länge und Aufrichtung, schieb den Scheitel nach oben. Aus, dreh etwas mehr auf zur linken Seite. Einatmen, wachse, werde größer. Aus, noch ein kleines Stückchen tiefer in die Drehung nach links. Mit der nächsten Einatmung, komm zurück zur Mitte. Und mit der Ausatmung, dreh einmal gegen nach rechts. Und dann komm zurück in die Ausgangsposition. Stell beide Füße wieder auf, greife unter deine Kniekehlen und rolle von hier aus Wirbel für Wirbel in Rückenlage. Für Happy Baby, winkel die Beine an und dann greife einmal von innen deine Fußaußenkanten. Lass deine Fußsohlen nach oben zeigen und deine Knöchel ungefähr in einer Linie über den Knien ausgerichtet. Dann schieb die Füße in die Hände, die Hände in die Füße. Lass deinen unteren Rücken möglichst flach am Boden und nimm hier die Dehnung deiner Hüften wahr. Lass deine Schultern dabei möglichst entspannt und lasse auch ganz bewusst den Punkt zwischen deinen Augenbrauen los. Atme noch mal tief ein und aus. Und dann ganz allmählich löst das Ganze wieder auf. Streck die Beine lang am Boden aus. Zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf und dann zieh hier den Körper maximal in die Länge und atme einmal tief, 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 tief ein, ein, ein. Halte und mit der Ausatmung lass alles los. Lass alles schwer werden und finde hier in deiner Schlussentspannung in dein Shavasana. Leg die Arme bequem neben dich, Handflächen zeigen nach oben und genieße eine Minute der Stille ganz für dich. und mit der Ausatmung Man kommt auch langsam schon wieder zurück. Vertiefe noch langsam wieder zurück. beginn die finger zu bewegen die handgelenke zu greifen bewegt die füße streck und regelt ich gehen und dann finde von hier aus den weg über eine seite zurück ins sitzen kann man einen sitz deiner wahl gerne den schneider setz an mal ein hier die arme noch mal über beide seiten nach oben atme aus bring die hände vors herr senk den blick verneigt dich vor dir selbst und deiner yoga praxis und bedanke dich in erster linie bei dir selbst dass du dir heute den raum für diese yoga einheit gegeben hast vielen dank für dein vertrauen bis zum nächsten mal namaste und reisen schein so give me a minute to catch my breath take what's yours i'll take what's this i'm used to coming up bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal